Wenn du denkst, dass wir Männer uns nicht um unsere Haut kümmern müssen und dass unsere Haut nicht altert, mein Freund, dann muss ich dich heute eines Besseren belehren. Ja Leute, die Haut von uns Männern, die ist ein bisschen anders als die bei den Frauen, gar keine Frage. Aber auch unsere Haut altert. Spätestens Ende 20, Anfang 30 geht die Hyaluronsäureproduktion als auch die Kollagenfaserproduktion in unserer Haut zurück und das bedeutet sichtbare Hautalterung, auch bei uns Männern. Außerdem sinkt der Hormonspiegel in den 30ern so langsam und das bedeutet, dass die Teigproduktion langsam zurückgeht und das wiederum bedeutet, dass die Haut etwas trockener wird, möglicherweise auch etwas dünner wird und das wiederum bedeutet, dass du hier und da vielleicht schon ein paar Falten bekommst. Und das passiert zuerst auf der Stirn oder an den Augenlidern oder an den Mundwinkeln. Die Hautalterung ist übrigens zu 70% genetisch veranlagt und die restlichen 30%, die können wir positiv beeinflussen mit folgenden Tipps. Wir alle sind der Sonne ausgesetzt. Die einen mehr, die anderen weniger, je nachdem wo du wohnst. Aber Sonne lässt dich tatsächlich alt aussehen. Denn Sonnenstrahlung, also UV-Licht, ist zu 80% der Faltenfaktor Nummero 1. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du dich nur noch im Schatten aufhalten sollst. Aber du musst deine Haut schützen mit einem UV-Schutz. Viele Cremes oder Tagescremes haben grundsätzlich schon einen UV-Schutz inne. Einfach mal die Creme umdrehen und schauen, ob da ein UV-Schutz drin ist. Falls nicht, dann musst du deine Haut zusätzlich mit Sonnencreme schützen und im Sommer sowieso zusätzlich nochmal schön Sonnencreme auf deine Haut ballern, damit die Haut wirklich geschützt wird. Also, die früheste und beste Maßnahme gegen Anti-Aging ist tatsächlich UV-Schutz. Routines and Consistency. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, auch bei deiner Hautpflege. Und wenn du noch keine elektronische Gesichtsreinigungsbürste in deine Hautpflegeroutine integriert hast, dann solltest du das tun. Denn so eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste reinigt deine Haut nicht nur porentief, sondern hat auch noch eine Anti-Aging-Funktion. Falls du noch keine hast, schau mal unten in die Infobox rein. Du hast bestimmt schon mal jemanden gesehen, der aus dem Nachtleben kommt, viel gefeiert hat, viel geraucht hat und auch viel Alkohol getrunken hat. Und so ein Lifestyle, der geht nicht spurlos an uns vorbei und ganz sicher nicht an unserer Haut. Warum ist das so? Ganz einfach gesagt, Alkohol hat natürlich dehydrierende Eigenschaften. Wir kennen das alle, die schon mal Alkohol getrunken haben. Und diese dehydrierenden Eigenschaften machen sich natürlich bemerkbar bei der Haut, gar keine Frage. Und es entstehen einfach schneller Falten. Aber auch die Raucher da draußen, aufgepasst. Denn auch Rauchen hat negativen Einfluss auf unsere Haut. Forscher der University of Michigan haben nämlich herausgefunden, dass der Grad der frühzeitigen Hautalterung im direkten Zusammenhang steht mit der Anzahl der am Tag gerauchten Zigaretten. Durch das Nikotin und durch andere enthaltenen Schadstoffe aus den Zigaretten wird einfach die Hautschlächer durchblutet. Die Haut bekommt nicht genügend Sauerstoff und nicht genügend Nährstoffe. Was bedeutet das wiederum für uns? Weniger rauchen, weniger Alkohol trinken, am besten gar nicht. Das Wort Schönheitsschlaf kommt ganz sicher nicht von ungefähr. Denn während wir schlafen, regen unsere Hautzellen die Produktion von schützenden Antioxidantien an, die unfassbar wichtig sind für den nächsten Tag. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Prozess, um Schädigungen der Haut durch UV-Strahlen und weitere Umwelteinflüsse zu reduzieren. Durch regelmäßigen und vor allen Dingen ausreichenden Schlaf werden nämlich freie Radikale unschädlich gemacht. Also, jetzt weißt du ganz genau, wo das Wort Schönheitsschlaf auch herkommt und nimm dir ausreichend Schlaf, wenn deine Haut jung bleiben soll. Bewegung ist einer von vielen Faktoren, um frühzeitige Hautalterung einfach ein bisschen hinaus zu zögern. Denn zum Beispiel durch Sport, also viel Bewegung, wie zum Beispiel auch Joggen, wird die Haut natürlich besser durchblutet, die Haut wird besser mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Und das Schöne ist auch an dieser Stelle, dass der Abtransport von Stoffwechselprodukten durch Sport und regelmäßige Bewegung gefördert wird. Und besonders empfehlenswert sind an dieser Stelle tatsächlich Entspannungssportarten, wie zum Beispiel Yoga oder Pilates. Die machen dich nämlich nicht nur fit und fördern die Durchblutung, sondern die reduzieren natürlich auch dein Stresslevel. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Studien haben gezeigt, dass chronisch gestresste Menschen einfach schneller altern. Außerdem ist es auch so, dass manche Leute tatsächlich auch Hautausschlag oder Hautirritation bekommen, wenn sie echt extrem viel Stress haben. Und Stress schlägt natürlich auch aufs Gemüt. Also grundsätzlich kann niemand Stress gebrauchen, weder deine Haut, noch dein Körper, noch dein Geist. Von daher versuch auch mal ein bisschen zu chillaxen. Ich habe es eben schon beiläufig kurz erwähnt. Und zwar die ersten Falten machen sich meistens bemerkbar aufgrund von Trockenheit. Das bedeutet, wenn deine Haut nicht genügend mit Flüssigkeit versorgt wird und nicht feucht genug ist, dann verliert sie einfach an Spannkraft und macht wortwörtlich einfach schlapp und die ersten Fältchen entstehen. Das bedeutet für dich, trink ausreichend. Und mindestens drei Liter am Tag. Versuch wirklich, am Tag wirklich richtig, richtig gut zu trinken. Das macht sich bei deiner Haut definitiv bemerkbar. Und siebter Tipp, Leute. Ihr solltet frühzeitig mit Anti-Aging-Produkten anfangen. Wann ist das richtige Alter? Ich habe eben erwähnt, gegen Ende 20, Anfang 30 lässt die Hyaluronsäure-Produktion, als auch die Kollagenfaser-Produktion in der Haut, auch bei uns Männern, einfach ein bisschen nach. Und dem können wir einfach ein bisschen entgegenwirken, indem wir frühzeitig, genau in diesem Alter, mit Anti-Aging-Produkten anfangen, die zum Beispiel Hyaluronsäure oder Kollagen oder auch Retinol enthalten. Damit kannst du tatsächlich einiges machen. Heißt, ab einem bestimmten Alter solltest du einfach Anti-Aging-Produkte in deine Hautpflege-Routine integrieren. Versuch einfach am Anfang auf sehr leichte Formulierungen zu setzen und einfach dich auch ein bisschen auszuprobieren, um zu schauen, wie funktioniert welches Produkt für deine Haut und wo hast du das beste Gefühl. Also Leute, Hautpflege ist ganz sicher nicht unmännlich. Denn kein Mann auf dieser Welt hat Bock, frühzeitig irgendwie Pigmentflecken zu bekommen, Falten zu bekommen oder halt frühzeitig alt auszusehen. Von daher immer dran denken, die Haut ist das größte Organ des Körpers. Und die ist es auf jeden Fall wert, grundsätzlich, regelmäßig und langfristig gut gepflegt zu werden. Und die ist es auf jeden Fall.